Das ist original die Tante von 2Drop Girls. Komm, mach die Tür auf! Huey! Huey! Hallo! Komm rein! Wie schwierig dieses Spiel eigentlich ohne Lösungsbruch ist, ich aber gerade eigentlich stolz darauf bin, dass ich das mit Guido ohne Lösungsbruch geschafft habe. Good boy! Ja, ich muss auf diese Seite vom Tisch, damit ich das aufheben kann. Ja, na klar! Du kannst wieder einmal an der Tombola teilnehmen. Genau, da ist noch so ein Gerät. Ja, aber wir haben noch nicht solche Steine, ne? Ne. Oh, einen Speicher. So, ich speicher. Und gehe aufs Klo. Und mir tut mein Po weh. Hier gibt's keine Komfortzesse. Bei mir zu Hause ja auch nicht. Ja. Dieses Spiel ist schwer bis unmöglich ohne Lösung. Ja, aber wir haben's geschafft. Unglaublich. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat. Ich glaube aber nicht lange, weil das Spiel uns sehr gefesselt hat damals. Ich glaube, wir waren innerhalb von einer Woche fertig. War ja wie gesagt nur ausgeliehen. Und jetzt habe ich das Spiel ja von der Angie abgekauft. Hm. Ich habe zu schnell Angst. Ich habe ja angefangen, das Spiel zu spielen. Damals. Und habe dann den Controller so UAH! Spiel du! Und dann musste Guido erst zu Ende spielen. Tja, so ist das. Bitte nicht. Mal geht's, mal geht's nicht. Für die Vollmerbeings-Manager… Boah. passiert nicht mehr. Lass man nichts-ix mal ! Ja, nicht mehr. Ja, er sagt's, das Spiel ist nichts für ihn, das ist zu schön frustrierend. Ja, warum? Weil er es noch nicht selbst gespielt hat. Risen Deep Lines ist ja so frustrierend. Ich glaube, ich kenne nur ab Teil 4. Und Teil 5 und 6 habe ich ja dann, also 6 ja nicht wirklich, Teil 5 habe ich gespielt. Was ist BU3? Black Ops. Ich weiß zwar nicht, was er gerade für ein Problem hat, aber ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen, hat er jetzt eine Playstation 4? Nö. Oder mit wem will er betteln? Mit dir. Aber dann musst du eine Playstation 4 haben. Und ich kaufe mir nicht extra wegen dir für die 10 Tage Playstation Plus Mitglied. Ach so, hast du denn Black Ops überhaupt? Nein. Das müsste er sich schon selbst besorgen. Nein. Bis hierhin habe ich auch zu Hause das letzte Mal gespielt. Mhm. Seitdem habe ich noch nicht mehr weiter gespielt, weil das so anstrengend ist auf dem Platz... Oh scheiße. Hast du dir das extra wieder gekauft? Weil das ist ja schon deins, was ich hier zuhause rumfliege. Nene. Ich habe die PS2 von Martin zuhause stehen. Und ich habe das Spiel auch. Ja, scheiße, 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 scheiße. Oh, das hilft mir. Zu spät. Nee, weil du das Spiel ja theoretisch gar nicht mehr haben könntest. Also gebraucht um GameStop oder sowas geholt. Marty? Kommst du? Schnau! Huey! Ja Ricardo kommt da auch dann. Oh wow. Ja komm greif mich an vielleicht. Ja komm greif mich nochmal an. Bist du blöd? Ich hasse diesen Hund. Ich hasse ihn! Dass wir ihn getreten haben, das war schon richtig. Dann mach ich's eben selber. Fußball! Komm jetzt ab ins Tor dahinten. Yeah! Elfmeter! Oh scheiße! Und wir sind wieder 5. Warum meldet sich denn keiner? Wir beißen nicht. Sehen wir so schrecklich aus? Anscheinend. Tja, heute ohne Tipp. Heute hab ich nen Behaar. Ich bin wieder auf Steve. Taug. Tja, jetzt. Tja, jetzt ist er. Prima Materia. Das musst du jetzt... Ich hab's noch schon... Das habe ich, glaube ich, auch verdammt lange gebraucht, bis ich das hatte. Sorry. Sorry. So, jetzt bin ich wieder hier. Haben wir eigentlich da ihre Kommentare gelesen? Die Magd. Ach, da steht ja alles irgendwo. Wenn du das Spiel durchgespielt hast, kannst du dann in Hard Mode spielen. Und wenn du in Hard Mode spielst, dann liegst du hier nicht die Kommentare von Fiona, sondern von Huey. Dann so... Oh, ich wurde gelobt, dann habe ich was richtig gemacht. So voll süß irgendwie. Okay. So, ich war's. So. Ich bin hier auch in einer Turm-Genin. Ok. Oh. Nein, der kommt von da! Wo kommt der? Ich will die Tür aufmachen! Geh die Tür auf! Wie krank war das jetzt? Jetzt habe ich mich schockiert. Ich musste mal gucken, da hat irgendjemand geantwortet auf meinen Kommentar. Geh die Tür auf! Geh die Tür auf! Geh die Tür auf! Hey! ро Micha! Geh die Tür auf! Da ging gerade eine Tür zu. Aber ich mag eine komische Mobilität. Oh scheiße. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, 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 scheiße. Weil ich nicht verstehe, er hat ja nur eine Kugel, warum erschießt er den Hund? Das muss er sich für die Waldzähne aufheben. Die Waldszene ist auch furchtbar. Ich finde jetzt auch so ein Ohrgarten. Ja. Denn du musst ja auch Huey finden bevor du weiterkommst. Ansonsten kriegst du ja eventuell das schlechte Ending. Das tut gar nicht. Also da muss er nicht in sichern das Ding. Aber egal, ich kann heute nicht mehr denken. Ich bin fertig für heute. Oh Gott, beides mal ist doch gut. Aber da kann man ja wahrscheinlich sehen welches das aktuelle ist. Ja, an der Uhrzeit normalerweise. Ja. Oh je! Boah! Ich hoffe es nicht mehr. Da hat sie mir jetzt ein Erbe hinterlassen. Wer möchte vorbeikommen und es zu Ende spielen? Leider gibt's auf der PS2 kein Shareplay. Ja, ihr müsst schon kommen. Ja gut, das war unser Barbie Monopoly Hound and Ground Abend. Ich hoffe euch hat vor allen Dingen Barbie total gut gefallen. Ja, so gut hat es euch ja nicht gefallen. Sonst hättet ihr gar gefollowed. Beziehungsweise auch mal kommentiert, wenn man was fragt. Wenigstens mal Hallo sagen. Ja?